Mitleidenschaft zu mitleiden. Unsere beiden Titelteinchen sind die Vormittagsschuhe, die spielten von Adolf Schwarz und Ronny Schraub. Das war jetzt für mich, die da hat sich. Was hat die gesagt? Nein, ich meine nochmal die Frage zu verpressen. Manche sagen, ich bin mir zu schade für Altenpflege. Das tut mir leid. Wo ist denn hier mein Kurmann? Wo ist denn hier mein Kurmann? Die Damen und Herren, die Damen und Herren. Und an die Schmerz ist die Reidoren, Stella Eisenberg. Ja! Was ist das? Wir haben die Siegel. Bravo! Ja! Da, da, da! Das ist es? Na, da! Das ist es? Ja, da! Bravo! Bravo! Und ja, weg! Applaus 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 Und für die Strecke, Leute, die Nummer 4 für Hannover durch die Nummer 14 ist der Gesieger. Sofía Cunard mit 1.2 für den Gesieger, Berlin. Ich habe die Namen mit der Nummer 3. Ich weiß nicht, wie er Lackenbacher mit 2.5 für Hannover durch die Nummer 3. Ich habe die Nummer 4 für Hannover durch die Nummer 3. Und das ist das. Da kommt nicht mehr zu mir! Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Und Nummer 5 für den T-Szenarien durch Sophia Grunert. Und Nummer 5 für den T-Szenarien. Und Nummer 5 für den T-Szenarien. Und Nummer 5 für den T-Szenarien. Das ist das's, was wir sagen. Barite, Barite, Barite! Erste Trassos, Wilma Rossa, Durchschnittung 15, Elea Kirchner. Erste Trassos, Wilma Rossa, Durchschnittung 15, Elea Kirchner. Erste Trassos, Wilma Rossa, Durchschnittung 15, Elea Kirchner, Durchschnittung 15, Elea Kirchner. Erste Trassos, Wilma Rossa, Durchschnittung 15, Elea Kirchner, Durchschnittung 15, Elea Kirchner. Erste Trassos, Wilma Rossa, Durchschnittung 15, Elea Kirchner, Durchschnittung 15, Elea Kirchner, Durchschnittung 15, Elea Kirchner, Durchschnittung 15, Elea Kirchner. Erste Trassos, Wilma Rossa, Durchschnittung 15, Elea Kirchner, 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 Durchschnittung 15, Elea Das war's für heute. Da geht in die Kiste von der Brachthöhe Berliner innen durch Vanessa Mühlenberg. Die Kiste von der Brachthöhe Berliner innen durch Vanessa Mühlenberg. Wir haben den Lohrach, der so wichtig ist, dass wir das wegziehen. Wir haben den Lohrach, der so wichtig ist, dass wir das wegziehen. Ja, der Brachthöhe ist weg. Von da ist es nicht gut. Zurück! Ein, zwei, drei, drei, drei! Eine, zwei, drei, drei! Da gibt's vier Minuten für dich jetzt! Sag mal! Zwei Minuten! Zwei Minuten! Zwei Minuten! Zwei Minuten! Zwei Minuten! Zwei Minuten! Das hat ja schon gekostet. Sagen wir ja, ihr habt doch gerade gegessen! Wieso kriegst du denn schon wieder was zu essen? Und dann ach, sie selber? Wir haben euch jetzt eine Entscheidung für den Ferrari. Sie sollen dritte Liga-Pipe machen. Machen wir! Ich entgebe es nicht, die beiden. Ganz ruhig jetzt, okay? Wir haben das vielleicht vorübergegangen. Das ist doch nicht passiert. Herr Einde bringt ja nicht die Frage dabei. Das ist ja eine Macht der Ausschnitt, Alter. Die Berliner sind in 1910 durch Franziska. Gerne. Kommt noch mal durch. Komm jetzt mal Platz. Das sieht schön aus. Ja, jeder nimmt es nicht raus. Das sieht nicht so aus. Arrogan sei es. Ja! Wir haben das Ilhaar. Die Niemann gibt es im Ratschen, das ist der Fall. Das war der Barsch. Aber der ist in der Fall! Ja, 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 ja! Nein, 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 ich hab das gerne. Ich hab das gerne, ich hab das gerne, Fabian so. Öfter? Jetzt verraten wir es in der Nacht. Ach so, scheiße. Hör mal auf. Wir wollen es mal nach. Die erste LStexin ist mit dem Teil 11 für die Märkte der Lenz. Wie wusste ich mal ihn? Man kann nicht mehr. Die erste LStexin ist in der Bühne und die erste LStexin. Die erste LStexin ist in der Wahl. Luisa Parnepelt mit Turnover 13 für die High-Spiegel-Universität. Francisiano mit Turnover 12 für Medina. Rundfunkwaffe Francisiano mit Petra Reiner Hätte ich das gemacht, hätte ich dir mitgebracht. Hätte ich das gemacht, hätte ich dir mitgebracht. Hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht. Hätte ich das gemacht. Hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht. 13. Tesser für die Brüderinnen durch die Lea Höhle. Hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht. Hätte ich das gemacht. Hätte ich das gemacht. Hätte ich das gemacht. Hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht. Hätte ich das gemacht. Was denn? Hätte ich das gemacht. Fass du das gemacht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. 7, 7, 7, 8. Dann wollen wir ihn auch mal rüber aus. Das ist okay. Das ist nicht gut. Aber meint jetzt nicht mit dem 16.17 für Hannover. Ja? 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 Jürgen, 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 Jürgen! Jürgen, Jürgen, Jürgen! Jürgen, 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 Jürgen! Jürgen, 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 Jürgen Das war's, das war's, das war's. 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 Das war für die Halle von Annabellen das 19 zu 17 durch Mantra Nade. Das war für die Halle von Annabellen. 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 Die Halle von Annabellen. Das war für die Halle von Annabellen. Und das 20 zu 18 für Hannover. Wir sind jetzt in der 35. Spielminute. Das war für die Halle von Annabellen. 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 Ja, mit Tülli und den Tüttchen. Ja! Wir müssen auch Neuer Bersia Simon mit dem 21. Tüttchen für die Funktion. Wir haben heute mit 21.20 für Berolien. Wir haben einen 3.31 für Hannover, 7.31 der Spielmitte. Feuer, 8.31 von Die Rudi-Panile-Rennen mit Turnover 20, 34. Stimme. Ja! Ja! Super! Das war Luise Arnholz mit dem 24 zu 21. Mega. Ja, das ist ein Famer. Stimme. Kann ich das? Das hat es ein Famer. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ja, das ist ein Fäden. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das ist Mia Lackenacher aus 24-22. Das ist Mia Lackenacher aus 24-22. Das ist Mia Lackenacher aus 24-22. Die Hand hat nichts zu machen. Das ist Mia Lackenacher aus 24-22. Das ist Mia Lackenacher aus 24-22. Das ist Mia Lackenacher aus 24-22. Hach faci! Hachite, leer! Hachite, leer! Hachite, leer! Ja, ja, ja! Meman mit dem Tor 26. 4 Minuten 38. Hachite, habn wir hier! 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 4, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3. So, die letzten 2 Minuten im Spiel. Ich habe es. Sieger, Sieger, Sieger! Noch mal! Noch mal! Noch mal! Noch mal! Noch mal! So! Und als 27 zu 23 für Adolfa durch Annabelle Eitelfuß. Vanessa Rüdelberg mit dem 23 für Adolfa für Adolfa und Adolfa und Tami Aschke Tami 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 Plas Tami 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 Vielen Dank. Vielen Dank.